Vollsperrung am Wochenende. Die Bauarbeiten an der Manchinger Straße gehen in die dritte und letzte Phase. Das städtische Bauamt trägt einen neuen Asphalt auf. Dazu wird die Autobahnanschlussstelle Ingolstadt-Südrichtung München von morgen Freitag, den 4. Mai 20 Uhr bis Montag, 7. Mai 5 Uhr früh gesperrt. Es wird über die Anschlussstelle an Neuen Manching umgeleitet. Aufgrund der Bauarbeiten im Abschnitt der Autobahnbrücke bis zur Pionierkaserne steht deshalb nur ein Fahrstreifen in jede Richtung zur Verfügung.